Hey, hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ori and the World of the Wisps. Beim letzten Part sind wir hier stehen geblieben, haben ein bisschen hier noch was eingesammelt. Und ja, hier oben, ich glaube das war eh der Weiterweg, haben wir eine Tür geöffnet. Ich möchte noch kurz bevor wir da weiter gehen, kurz gucken ob wir hier eh alles haben. Hier unten ist der, das zum Laufen. Okay. Genau, hier sind wir weiter gekommen. Hier sind wir von schräg geflohen und dann hier hin. Genau. Das heißt wir gehen erstmal da runter, machen dieses Rennen und dann gehen wir da nach oben würde ich sagen. Ich habe schon Bock auf das Rennen, vor allem weil dann haben wir einen extra Platz für unsere Fragmente. Und ich weiß gar nicht, müssen wir da lang? Wir können da lang, aber wir gehen den unteren Weg, der sieht sicherer glaube ich aus. Oder ich glaube der ist sicherer. Naja, vielleicht auch nicht so sicher. Okay, hier durch. Hier unten? Ne. Au. Einfach hier hochklettern, so. Jetzt ist es, ne da ist es ja auch nicht. Eins weiter. Bei jeder Ecke bleibe ich stehen. Man denke da wäre es, aber es ist immer eins noch weiter. Hops. Hier unten also. So, ob das auch ein böser Gorlek. So, den haben wir. Da unten sind. Oh, wir haben nur noch eine Hälfte Leben. Das war knapp. Ah, ja, den haben wir gewonnen. Kann es sein, wenn man die am Körper hittet, dass die, äh, also dass die schneller sterben. Oh, was war das? Okay, da ist auf jeden Fall das, was wir machen wollten. Was ist das für eine Blume? Au. Hä? Okay, seltsam. Aber das lassen wir mal so im Raum stehen. Ah, vielleicht brauchen wir das, um das zu öffnen. Das kann ich mir vorstellen. Aber erst mal machen wir das da. Deswegen sind wir ja hergekommen. Okay, den ganzen Weg hier lang. Dann hier hoch. Dann hier. Dann hier zum Baum. Und dann hier rauf. Okay. Sollten wir hinkriegen. Drei. Hopp. Da bin ich beschissener. Geflogen. Hopp. Rapp. Ich glaube, das schaffen wir sogar gar nicht. Haben wir schon verloren? Ja, wir haben verloren. Okay, das war echt schlecht. Äh, erneut versuchen. Hm? Nein! Oh, fuck. Das war mein Fehler. Ah, der hat das so genommen. Wenn wir das noch heute auftauchen. Ja, gut. Erneut versuchen. Ah, so geht das. Okay. Warum ist das gar nicht mehr aufgetaucht? Okay. Sonst kommt das immer schnell. Oh, wir sind sogar gerade vorne. Ah, knapp. Echt knapp. Das war nicht schlecht, der Versuch. Das war echt knapp. Oh, das war sehr gut. Oh, das war schlecht. Oh, das ist gut. Das ist ein guter Versuch. Ich dash hier zwar gerade überall dagegen, aber wir sind erster. Ja, verlassen. Äh, eigentlich habe ich gehofft, dass wir oben landen und nicht da unten, aber okay. Ah, wir können ja jetzt das noch kurz versuchen. Hier. Ah, okay. Das fliegt dann. Au. Mann, das ist Drecksvieh. Verpiss ich. Das ist ja noch eins. Jawohl, geschafft. Noch mehr XP. Nice. Aber wir haben schon 6000 fast. Okay, das haben wir. Den Gorlek. Der braucht was zu trinken. Das haben wir noch nicht gefunden. Leider. Ähm. Genau. So, hier hoch. Genau. Ne, ich glaube, hier geht es gar nicht weiter. Verdammt. Ah ja, hier lang. Autsch. Au. 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 Welcher Reflex habe ich auch wieder nicht. Ja, nee. Von hier aus kann ich das nicht. Ich muss in der Luft sein. Nee, das geht sich nicht aus. Ich bin viel zu langsam. Nee. Das war knapp, aber ich kam nicht in die Reichweite. Ah, jetzt da. Ich bin tot. Wie denn? Ah, das wird spaßig. Ja. 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 Au! Jetzt hittet mich das noch. Ah, geschafft! Hat doch nicht so eine ganze Folge gedauert, nur so paar Minuten. Ich würde es gerne lebendig hier rüberschaffen. Ich habe nämlich Angst, dass wir das sonst verlieren. So, erstmal gucken, ist das alles gewesen? Ja, hoffentlich. Und dann mal gucken, was wir gerade gekriegt haben. Das da, oder? Unruhe. Feinde werden schneller wieder zum Leben erweckt. Wow, für sowas opfere ich mein Leben. Danke. Ah, wir sind falsch. Wir müssen hier lang. Okay, und hier durch. So. Oh, die Schlachen habe ich hier gar nicht gesehen. Okay. 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 Das lassen wir mal. Er hat uns einfach gekillt. Shit. Okay. Okay. Das müssen wir nochmal holen. Die XP leider auch die großen. nicht so gut ausgemacht werden. Den haben wir auch. es war ja schade dass das ding das leider nicht zerstören kann also der goleck das hat den boden nicht zerstören kann mit seinen schlampfen nach unten weiter nach unten man ich kann es so schwer planen ab wann ich das nicht mehr machen ab wann es nicht mehr geht jetzt ist es auf mich geflogen weil es auf mich geflogen ist hat es nicht gegolten wie viel pech kann man haben so jetzt aber okay auch nur xp ich hasse diese drecks springende fischer sind die nervigsten so danke okay er hat drückt den hebel hallo danke ah ok hier links oben war noch was genau da sind wir aber nicht hingekommen irgendwie aus irgendeinem grund au auch alles schon wieder so was hallo auch wegen seiner Panzerung kann ich den nicht benutzen und fern hopp brauche sicher einen Boden kurz das ist so anstrengend dass ich auch immer hier dagegen fliege das gefällt mir gar nicht Arsch verdient okay hier sind überall Sachen da komme ich auch irgendwie gerade nicht hin muss ich irgendwie von da glaube ich hinkomme heiß ab au 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 also da werde ich meinen Deathcounter schön boosten ich weiß nicht wie ich jetzt gestorben bin aber ich nehme es mal hin drei Angriffe von der Grabe gekriegt ahhh ja ich kann nicht langsamer was denken die wer ich bin kann ich nicht so ich kann nicht kann es Diese scheiß Grabe nervt am allermeisten, weißt du, du spawnt gerade nach so einem Tryhard-Versuch und dann wirst du instant gleich genervt von der Grabe. Also die Grabe haben sie echt scheiße platziert, oder den Spawnpunkt, eins von beiden ist scheiße platziert. So, da warte ich. So, ich hätte mich da eigentlich theoretisch heilen können noch. Ja, komm! Verpiss dich. So, jetzt bin ich wenigstens full life. Hab' Damage kassiert, aber egal. Jetzt kann ich wieder heilen. So, hier. Kurz heilen. Fuck. Beweg dich! Alte... Ja, komm! Warum musst du mir das doch gerade folgen? Das war unfair. Das war unfair. Das war unfair. Ich hoffe, hier sonst nirgends. Das war ein verdammter heißer Stein. Ich hoffe, hier sonst nirgends. Die XP nehme ich mir jetzt noch mit. Drecksvieh kommst du nicht hoch. Haha. Speichern. Oh, das brauche ich unbedingt als Speicherpunkt. Ja gut, ich würde aber sagen, ich mache hier bei dem Speicherpunkt einen kurzen Cut. War anstrengend hier hochzukommen, aber wir haben es geschafft. In der nächsten Folge gucken wir, was wir hier noch so finden. Ciao. Ciao.